Hey Leute, ich muss euch hier wieder zu Monster Hunter 3 Ultimate mit Freddy, Stars und Jan. Ja. Stars hat die Fest wieder angenommen und wir machen heute... ...Rosa Gipfelkönigin. Das ist Rosa ratieren. Ja, und wir gehen noch was essen. Was kannst du? Die kann ich auch vergiften. Warum schlafe ich jetzt? Ich wollte was essen. Ich auch. Steh auf. Ja, wie kann man das auch gleich machen, Achmed? Coupon einlösen. Habe ich dann noch welche? Ja, habe ich dann auch so. Ich wollte den Foto einlösen. Ja, Feuerabwehr. Feuerabwehr. Was brauchen wir denn hier? Sauerstoff, ganz wichtig. Das ist wichtigste überhaupt. Meister Cola. Ehrlich? Nein. Ich dachte nur Deutsch. Nimm mal Verteidigung, komm. Nimm mal Verteidigung. Easy. Easy? Ich bin einlösen. Welch ein einzigartiger Genuss, Gesundheit, Ausdauer und Neuss. Ich bin einlösen. Ich bin einlösen. So. Ja, Rosa ratieren. Neue Map. Oh, da können wir... Sollte ich mal mitnehmen, ne? So, alles klar. Dann habe ich jetzt alles. Verdammt. Ja, klar. Dann seid alle bereit. Ne, warte schon. Ich habe mir noch Fallen holen müssen. Ich bin noch total ziemlich aus dem Scheiß drin. Ach, stimmt. Habe ich ja auch. Ja, ich habe mich nicht entloutet. Ich auch nicht. Das ist ja die Sache. Hä, wie soll ich denn Lootrot-Sachen dann? Ich habe den... Wir haben den noch gefuckt, oder? Ah, der Schwanz. Schwanz, ja, genau. Ich habe noch Kurupeko-Sachen dabei. Okay, alle bereit? Kurupeko. Dein Ernst. Ich tue keine Sachen in meine Kiste. Ich nehme alles mit. Ich weiß nicht, wo ich den Konto... Ah, ne, ich habe den hier solo gemacht. Also, ich bin nicht solo, sondern ich habe... Dorf Mugge habe ich gemacht, um Punkte zu sammeln. Ja, um Punkte zu sammeln. Okay, ich bin... Ne, ist irgendwo unten links in irgendeiner Karte. Ich bin mit irgendeinem Fergie zusammen im Raum. Ach, das ist Jan. Oh, verdammt, was ist das denn? Das ist eine Map, ich kenne die gar nicht. Oh, okay. Also, von eins aus, ne, ich glaube, in drei Reihen, da kann man eben Spinnetze fahren, gut. Ich laufe mal irgendwo hin und erkunde die Karte ein bisschen. Ja, ich war ja auch erst einmal, also ich habe ja auch keinen Plan, wo ich hin muss. Ist das da hinten? Ja, ich sehe dich auch. Ach, okay, das war doch der falsche Weg. Ich weiß, also ich habe es hier ein Gebiet. Wir sind hier bei vier, glaube ich. Ja, wir sind hier bei vier. Sind das Wildschufeine? Greifen die an, wenn die Aggro sind? Oder greifen die Aggro sind? Okay, ich bin im Gebiet von Rosaratean. Ja, sehen wir. Nice, okay. Ja, ich glaube auch nicht. Also, wie gesagt, ich suche gerade noch die Spinnetze, ne? Ich erkunde mich noch ein bisschen, ich erkunde noch ein bisschen hier die Welt. Irgendwas habe ich kaputt gemacht. Ja, hoffe ich. Keine Ahnung. Ich hoffe nicht, mein Herz. Ich brauche das noch. Ich glaube, die Hörner an seinem Kopf sind schon mal ziemlich zurück. Hä, WTF? Wo war das denn? Ich hätte mal eine Karte holen sollen. Ach, das ist die Base. Ah, ich gehe mal kurz in die Base. Ich habe Dodo's getroffen. Randy, du bist rot auf der Karte? Du bist jetzt bei fünf. Wo willst du hin? Ich weiß nicht mehr. Wenn du drei willst, musst du zurück. Und jetzt genau runter. Oh, Schatz. Zu drei, okay. Von da wird zu drei auch schwer. Du kannst es nur über zwei oder über acht. Aufschnitts, warte. Nee, warte, von neun zu drei kannst. Ach, hier, 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 hier mal schlusschlagen. Nein, hier bin ich auch falsch, warte. Ich glaube, jetzt hier links und dann bin ich in diesem Gebiet. Oh, verdammt, ey. Nee, hier bin ich auch falsch. Es ist aber irgendwo in der Nähe. Ach, hier, 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 warte, ich muss schlank in den Naul. War das gerade ein Kursjagd? Ey, gelb, da wo du gerade bist. Ja. Da bist du richtig. Ich bin bei drei, ich sehe hier aber nichts. Ja, warte, komm mal, du musst dann nämlich so einen Weg hochgehen. Also sollte bei drei, ich bin jetzt hier hochklettern. Äh, wie hoch? Ja, irgendwo? Alles klar, oh, Schatz. Ich kann jetzt hier hochklettern. Ja, hier. Ach, da. Jetzt hier kannst du auch noch hochklettern. Wow. Das ist eigentlich ziemlich offensichtlich. Ich glaube, ich weiß mal nicht. Also, ihr siehst hier, da ist ein Riesenspinnennetz. Oh, ja, sehe ich. Ey, da brauchst du nicht mal ein Käfernetz für. Kannst du aber so fahren. Wofür braucht man die Spinnnetze? Du machst Spinnnetze mit Hartpflanzen, glaube ich, war das, oder? Wofür? Was? Um Fallgeräume zu verstellen. Ja, ein Spinnnetz und Hartpflanze müssen nett sein, das dann mit einer Fallengrube, mit einem Fallengerät, mit Fallgrube, so rum. Also du kannst, naja, die Hartpflanze kannst einfach züchten, aber Spinnnetze muss eben immer so fahren. Ob es hier etwas gibt? Fragezeichen. Nichts gefunden. Ist okay. So, wir gehen aber jetzt erstmal mal den Leuten helfen. Also in drei, Jonas, ne? Müsst du hochklettern, dann ist das ein fettes Spinnnetz und Hartpflanze eben. Spinnnetze. Oh, hier ist ein Erz. Mach-A-Liech. So. Balsamadstück. Ne, warte, was? Er wird hier richtig, ja, ne? Eisenerz. Er liegt, er liegt. Ja, schon verlauft. Na jo. Ich komme. Lackia. Das habe ich gerannt. Ich weiß. Oh, diese Map, Alter, ich bin richtig, wird oft von dieser Map. Ah, das ist nicht nice. Wer hat diese komische Brücke gebaut? Ach, das ist ein Baum, ja genau. Ach, komm, Alter. Ich würde gerade noch eine Falle legen. Haut er ab? Ne, ja. Ah, wieso Falle? Ach so, er hat dich getroffen. Er will den verarschen. Okay, jetzt verprügelt die. Verprügelt die. Er hat mich. Komm mal. Ich muss nur hinlaufen. Ich bin schon befreit. Er hat keine verprügelt die. Komm, verprügelt die. Ja. Ich schrieb nicht so viel Damage. Okay, ich muss dich langsam befreien, sonst verliebt die Damage. Vielleicht muss man schreiben drauf. Weil sie sich witzig aus, der Typ. Er will mich verarschen, ey. Du brauchst, brauchst hier. Ohrschleppst du oder so. Ey, der hat jetzt viermal. Das hat mich abgehalten, meine Falle zu dir. Oder einfach springen, das geht auch. Wenn man springt, wenn der schreit, dann passiert nichts. Man kann springen? Ja, also, äh, sprinten und dann geht's. Wenn man das von ihm wegmacht, so ein Hash. Ja, ich weiß. Ich weiß. Das ist ja quasi unverwundbar. Da trifft kein Angriff und auch bei Schreien das ist dann egal. Ich will jetzt nur Blitz, weil mir da rauskommt. Da fährt er gleich wieder hin. Oh, lol, da liegt irgendwo. LOL, zu spät. Okay, schade. Ich dachte, da liegt irgendwas auf dem Boden. Oh, schade. Oh, jetzt liegt er auf dem Boden. Okay, ich hab irgendjemanden weggemacht, das tut mir leid, ja. Zweimal hintereinander oder so. Ja, ich musste meinen Elan durchspüren. Äh, ist sein Kopf kaputt? Ich glaube schon. Hab ich ihn kaputt, oder war er schon voll kaputt? Ja, der war schon von ziemlich Anfang an zumindest mal die Hörner ein bisschen größer. Ja. Oh, da. Die ist ein Erz bei mir. Nooo! Oh, jetzt ist richtig viel jetzt. Aber schon die Map hier richtig nice, also sieht es richtig cool aus. Stein erhalten. Nice, Stein. Kann ich gleich Gegner erwerfen, äh, kann ich gleich den rosser Rädchen damit erwerfen. Töten. Mhm. Das ist das Wichtigste dabei, du kannst ihn damit töten. Und dann haben wir eine Rüstungskrune, also so geile Erze kriege ich hier echt nicht, ne? Kabalit. Eisenschlüssel-Sacke ist zerbrochen. Ich fühl mich wohl alleine. Ja gut, weil ich alleine bin. Du. Sackgesicht. Na komm schon. Wir schaffen das. Ich glaube... Ja, ich hab ne Falle gelegt. Alles klar. Ja. Ja, ich brauche ihn. Ja, ich muss erst mal kurz... Ja, wieso seid ihr nicht in der Falle? Wenn... Weil wir ihn ein bisschen verprügelt haben. Ja, schuldig, ich muss die Steine auswählen. Hä? Ich hab das doch voll vor sein Gesicht geworfen, warum ist er nicht gestolpert? Ey, was soll das? Ja, hat er die Falle kaputt gemacht? Nee. Nee, die steht noch hier. Kann er, glaube ich, kann ich. Oh. Ich hab mir einen Steine geworfen. Ach so, er ist... Ah, er ist beteiligt. Ich denke, er hat irgendwelche Anfälle. Ja, das ist die Falle. So, er ist erst 500 Grad benutzt. Aber... So, bitte. Oh. Dödes. Da ratschen. Da ratschen. Da ratschen. Oh, er ist ein bisschen. Oh, er ist ein bisschen. Also, es wird auch nicht. Du musst dir dein Ergebnis verdrehen. Nee, nee, so okay. Es ist okay, wir haben verprügelt. Nicht nur noch trank. und noch ein Tag mehr wenn ihr das macht es noch besser war weil ihr mehr Schaden draussen aber ihr seid nicht so bewegt oh er kommt die Bekämpfung wir können vor von Team Wilhelm Stein ich hab's was getroffen nebisch verdammt Prozent aber auch jemanden getroffen, ne? schon wieder bei, ja? ja der ist wieder in der Hölle glaub ich ja also und wer ist rot? also schläft dein deutliche fette Richtung ey, jetzt sah so aus ob das da hinführt, ja ich mobe mich nicht ne Falle, soll ich machen? ja, ich schwöre seine Schwangerschaft und wir haben ja auch schon zusammen ja ja, mach den ab ja, aber ist ein bisschen schwierig, wenn er jetzt so betäubt ist ups äh, wenn er, äh, am humpeln ist ja na, komm dran ja, ich glaub dafür haben wir einfach, äh, richtig drauf gehauen, ne? what the fuck, das ist Gift, ey? zwei Leute wurden betäubt, ich nicht äh, nicht betäubt, vergiftet so, war schon ein bisschen live, ey ich hab auch Deodorant, falls sie brauchen ich nicht ja, Deo jetzt eher weniger wusste ich ja nicht oh shit ja, das ist physisch, kommt mein Schwert nicht dran ja, ich weiß das ist viel zu für alle ja, groß Schwert kommt dran, aber äh, ein geileses Ding, wenn man aufmerkst ja mit den Seiten, die du, äh, beide Knöpfe gleichzeitig stückst, kommt es am besten dran, glaub ich es wird für die mit beiden Knöpfen gleichzeitig zu den Kursus am besten Brot der Bordstärken auch er hat ich will damit kriegst du uns auch alle weg oder nur die Düsseldorf ja denn die Fallen der Bastard wir wollen doch hier sind ins ja ich hatte keine Falle mehr das ist sonst ach so einfach aber dann hätten wir weniger Sachen weniger Loot oh das... hä warum ist er wieder... äh warum ist er wieder an Erz respawned nach einer Minute schon? nach zwei keine Ahnung Rüstkugel Plus nice wieder Plus Eisenspitzeak ist erbrochen Stein erhalten noch verdient ist Kamil die Erz und die Erz oder Jan Dertal was vorwiedern 6 1 was hat man jetzt Prozent und noch mehr so ich hatte Schattenbox verdammt ach so was haben wir denn eine Schuppe ein Hüldenbeutel Stachel Mark Gewebe Gewebereister Stachel erweiter der Rüstungsschuppel da ist noch ein Hüldenbeutel das ist ja gar nicht mal so schlecht und wir haben einen Anhänger bekommen der ist Wasserangriff 1 und Experte 3 ja keine Ahnung mit nehmen wir einfach mal mit ich habe komm noch Geld weil ich mir diese beiden Anhänger gekauft habe ja das ist mir gerade aufgefallen die kostet nochmals um die 50.000 gemeinsam so was sollten wir jetzt noch machen Carmesin ich frage mich ob die Leute würde gerne hier sehen wollen wie du bei Netto spielst nun dein Bayonetta weil ich es auch spielen will ist das wenn ich es hab ne dann spiele ich das ja du spielst du holst es aber nicht ja warum du sagst du es ist gut oder nicht mhm ja siehste aber ich glaube nicht dass du auf mein Wort vertraust warum denn wurde so wenig wert glaub ich schon in deiner Nähe ne ne aber keine Ahnung im nächsten Mod kommt erstmal das neue Fire Emblem das hol ich mir was das neue Fire Emblem kommt im nächsten Mod raus für 3DS also ich hol mir das nächste Chronicles Chronicles? Xenoblade Xenoblade ja dann nenn das doch Xenoblade alter ja das hol ich mir auch das kommt aber erst Dezember ja aber Dezember schon nah dran ja aber nächsten Modus noch nicht Dezember oder erst mal Feier Emblem nächsten Monat ist Oktober ja das ist aber mit Spiele aber auch ne also genau online das Spiel das Hegel das Halloween Feierst du Halloween? Geste Süßigkeiten sammeln? Kostüm und so mhm mit Monster unter Kostüm das Spiel jetzt sind noch mal die Quest an Stars äh was wär ich denn? ach stund ja Karmesinko ja ich weiß schon oh mein Vengardium leff ich auch so ähm hat jemand vielleicht Dungbom dabei? äh äh ne nicht die große Yagi der Jagd soll ich keine Yagis nehmen? so Dungbom mhm so mein lauter Nachbar so 10 Stück sollte ja wohl reichen oder? mhm Gilden angestellt mhm ja mehr kann ich nicht mitnehmen dahin mhm so schneller als Rathian denk ich mal ja das ist ja nur Karmesinko Peckle ja mhm anstatt vielleicht noch meine Waffe wechseln können das wär nicht schlecht gewesen ja hätt aber hätt ich auch aber mhm so falls ihr noch was essen wollt ich hab ihn gut schon eingelöst mhm Karmesinko Peckle ja no risk of fun ja Donner macht einfach gar keinen Effekt schon mal rein ja der ist jetzt auch nicht so immer dass man irgendwie keine Ahnung ne das ist shellig bei dem sind halt einfach nur die Invader falls er welcher ruft ja Demo Joe machen wir auch der Herr der lässt das draus ja genau wir machen dieses Ding das ist das riesige Ding das da kommt wir machen die einfach gleichzeitig mhm das ist die gestillte Quest irgendwie grüß mich ja fisch auf den Jürgen wie war das früher im Flutwald ja aber das das ist normaler Kuropeko Alter ja 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 ich bin auch grad bei einem normalen Kuropeko ja mhm auf der Quest stand bei mir das ja äh ja also ich hab keinen anderen Kuropeko als den gefunden ja Quest hab ich nein kach wir haben den doch schon mal gemacht Alter du brauchst doch die Wollsteine von denen ja aber ich hab ich hatte noch keinen hier oder wo welche Stufe war er denn achso ähm ich glaub ich hatte die Quest angenommen aber ich weiß es nicht soweit ich weiß war das nicht Stufe 3 oder doch doch klar ich hab den noch nicht gesehen ähm bei Stufe 3? ja sag an ich so komm komm her zeig her zeig her ja ich nehm die jetzt gleich an Alter wacht aber achst ja ich hab oh fuck stimmt damn nein nein ich 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 hab grad was äh dummes geguckt und zwar da hab ich gestanden entweder ist er da oder nicht ähm Wasserschaden lila Herrschaft nein Schlammbrüder tschüss Blüte ja tut mir leid my bad ja eins ist der erste Weg zur Besserung ist das so dann kann ich jetzt auch noch grad schnell die Waffe wechseln äh ich glaub Eis war gut genug oder was ähm ich weiß nicht mehr ich hab jetzt auf jeden Fall mal einen Feierhammer geholt so was ich könnte schön nachgucken ja hier schon nehmen wir auf Youtube Feuer und Eis ja alles klar und passt Eis am meisten ich weiß gar nicht ob ich nach Eisrüstung schluss schon so können wir ja mal Spoiler im nächsten Part gibt es den Brachidius Brachidius denn da ist Spieche neustisch ich hab' noch richtig geiler Eisrüstung ja und Waffen nur so nebenbei ich hab auch ne Eisrüstung läuft bei dir alter hast du auch ne Waffe ähm ja also also Rüstung basiert auf Eisangriff ne so ich hab' für Feuer dass mein Feuerangriff verstärkt wird Eis, Donner und dann hab' ich eine einfach mehr Angriff einfach mehr Angriff okay okay na kann man machen so ich hab's doch richtig wenn ich denn das ernst oder du 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 so seid ihr schon in der Nähe oder ähm ja ich bin jetzt 5 jo ich bin im Gebiet 9 ja ich bin noch mit 5 mal du 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 Wo gibt's hier Erz an den, an den Seiten, ne? So, und mir ist gerade ausgefallen, ich hab keine Fallen nicht mehr mit. Ich hab zwei dabei wieder. Ich hab vergessen, reinzutun. Ich nehm Erz da mit. Batzyzid-Erz. Ist das heftig? Nee, falscher Weg. Keine Ahnung. Das ist richtig heftig, Alter. Damit machst du alles. Wirklich alles, ey. Jetzt ehrlich? Ja, ohne Filz, Alter. Irgendwie glaube ich eh nicht. So, okay. Auch da oben. Ah, verdammt. Ich hab was, was hab ich noch dabei. Ah, Blitzbombe. Gott, eine Blitzbombe. Das ist jetzt nicht okay. Alle der Augen an den Seiten. Aber okay, muss anders werden. Nee, keine Ahnung, wenn der Flick muss zu werfen, glaub ich. Oder eine Schallbombe. Ja, ich glaub, bei der funktioniert nur Schallbombe. Ja, weil, ja, Roserat, ja, hab auch, ja, drei Mal den Lüben gerufen, ja, wo schon mal richtig gut stand. Ich muss mir das nicht so... Ja, bei Ihnen hier bin ich mir echt nicht sicher, ob da, ähm, simpel Blitzbombe oder Blitzbombe generell was zu bringen, weil er hat ja Volkstein, um selbst so ein Blitz zu erzeugen, andere zu... Ja, das interessiert, das interessiert denn nicht, Atta, mit, mit Fleisch. Ja, da kann es echt gut sein, dass er da eine Resistenz hat. Ja, ich mochte den schon nie, ich mochte den nie. Wow, dankeschön, guys. Danke, ganz. Immer gerne. Ah, eh, Landhausen, äh, nice. Ja, kommt, Nico. Dankeschön, Jan. Äh, ja, ich hab dich gerettet. Das ist nicht. Jan, danke. Ich kann das nicht, ich kann das nicht. Ey, ich seh nix, ich steh im Dschungel. Nee, die Leute schmeißen mich rum, wie als ob ich... Ja, ja, wir hätten dich doch nur, älter, sonst aus Schöpf, jetzt macht man Blitz noch mal. Ich stehe am Boden. Ich hab dich gerettet, Jan. Der Blitz hat dich, der Blitz hat dich so auseinandergenommen. Es ist nur alle. Mein Schwert sei mein Zeuge. Komm, ein Netz-Sieb trifft, oder? Ich weiß es nicht. Kannst du mal irgendwo hinstellen, wo wir den Meer sehen? Dann lass uns mal aus dem Wald rausgehen. Nein. Wir müssen nicht verprügeln. Okay, hol deine Füße und dann treten wir hin. Wie sieht denn schon aus mit Fall? Hat keiner mit Fall dabei zu... Ich hab zwei Stück dabei. Jan, langsam werde ich von dir genervt. Ich glaub, du bist der, der rauskriegt. Ey, Freddy. Mein schöner Elan. Ja, das ist auch irgendwie passiert. Das ist einfach zerstört, ey, jetzt. Ich muss schon neu sammeln. Jan, hoffentlich stirbst du. Ja, aber anders sind uns zu leicht. Man wird ja noch ein bisschen Herausforderung haben. Ja, aber wir haben es lang schon für Brust 8-Tank gekauft. Eigentlich nicht, aber egal. Okay, kann schon jetzt. Zack, 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 zack. Da kommt Jan wieder angelaufen. Er ist mit Stars. Jan. Ey, das reicht. Ist mir nicht. Ist mir egal, ob das was. Jan. Ja. Jan. Jan. Es tut mir leid, dass du sagst musst, aber du hast die Köln nicht geschafft. Muss ich nochmal neu beweisen. Ja, du kommst nicht mehr weiter. Ach, hier ist der Mann, jo. Ja, komm, wir machen jetzt. Wer dumm-bomben dabei? Warte, ich muss das weg. So, komm, ähm. Ja, okay, ich wollte gerade wissen. Ich muss erst mal schleifen. Ah, ja, komm, wir schon neben. Und nochmal. Moin. Hast du getroffen? Ja, hat getroffen. Ja, hat getroffen. Ja, gut. Sicher? Ja. Oh nein. Oh nein, geh weg. Ja, oh nein. Trauen, äh, auch um sich. Jan. Ja. Jetzt hätte ich deine Hilfe gebraucht. Jetzt, jetzt hättest du mich mal schlagen können. Na schon, ja. Wenn ich schon deine Hilfe brauche, nimmst du, gib sie mir nicht. Komm. Das, ich halte dich. Ich halte dich. Ich halte dich. Ich bin verwirrt. Du musst den Stick drehen. Du musst den Stick drehen. Du musst den Stick drehen, mach. Hab ich. Hab ich. Das, das hat sich geheilt. Ich hab sich gerettet. Okay, dankeschön. Achtung. Ich hab dich jetzt fehlt. Hast du mich nicht mal gesehen? Ach, hast du. Dankeschön. Okay, dann geht mir auf den Sack. Jetzt töten wir den. Ja, voll auf die Beine. Wann müssen wir den Mojo denn machen selbst? Äh, ab 5. Jetzt dauert noch. Ne, ne, schon ab 5. Hast du früh? Ja. Scheiße, okay. Ja, dann brauch ich wirklich langsam mal eine bessere Verrüstung. Wurst du hin? Der ist abgeholt. Der folgt seinen Freund. Ich glaub, der geht noch. Die 9. Was? Ja. Ja. Ah, 4. Ähm, bist du mir leidest, das sagen zu müssen, aber... ...kanzlerflügelung, die Lust, habe ich Lust, deine Kinder zu tun. Und die Kinder, deine Kinder, ja. Ja, und deine Geschwister? Und... ... und ich weiß, dass du welche hast. ich weiß es einfach ich weiß dass du einen kleinen Bruder hast ich weiß er zwei kleine Brüder ist er wieder da? nein, der kleine Bruder? ja ja ich weiß auch, dass du Eltern hast ähm, ja so, perfekt meine Waffenschaft ist gesund ja erstmal hinlegen oh nein, der Mojo ist wieder da ich bewerf ihn mit Kacke stöp ey, Co, Peco, der rumpelt, ne? vielleicht kriegen wir Alterssoni lass den Fang fang ihn, los! nein, nein, ich hab keine Falle ja, ich hab noch zwei, das kann ich nehmen ok ja, aber wachtest du dich der Abbruch, oder? ja, würd ich auch sagen und sonst denke ich an dem Moment ist er dann weg das war mit in meiner Kombo Nein! ja so, es war mit Auf ihn anzugreifen Dann tötest du ihn noch Ey, der ist ein Käfer Was macht der Monjo wieder hier? Ja, der kommt alles ab Seid schon hier Ey, Jan Jan wird nicht frech hier Nein Das kostet doch Munition Aber ich kann ja nachladen Ja, du brauchst keine Patronen dafür eigentlich Hä? Nö Lass dir nochmal Glück gehabt Brauche ich Monsterknochen-S? Ja Um eine Knochenwaffe herzustellen Okay Ja, okay Ist... ist okay Ist okay Ihr habt ja alle eigentlich keinen Mario Maker Nö Boah, ist halt die Kacke Ich hab mich voll darauf spezialisiert äh, selten Level zu machen Ja, wo man als Link kommt So, jetzt könnt ihr den fangen So, alles klar Ja, ist das dann gerade Fall So, wo Falle steht. Ich den Heap! Oh mein Gott. Da kam so ein komisches Vieh. Ja, jetzt ruft da wieder der Monio wahrscheinlich. Der kann ja gar nicht rein, ja. Wobei, der Sprung glaube ich da hoch, oder? Oh, kann der jetzt mal in der Fall landen? Ja, der kann mal was erzeln. Ja, jetzt auf. Ein Fluglaufjuwel. Mega Spitzsack jetzt erbrochen. Sonnenjuwel. Ach, da kommt er so kurz. Ja. Aua. Warzenschweine. Ja komm, jetzt müsst ihr... Ja, er ist so. Aber die Erz, nein. Was haben wir noch? Jawoll. Rückkehr in Hafer einem, tu Kamalit Erz noch mal, nein. Hier bin ich, bin ich. Warte hin. So, das kann er zu ehemsten, aber irgendwo noch Käfer sein. Ja, da hinten. Da, 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 da. Wie ein Königskabuto. Wie ein königlichen Kabuto. Ja, das ist nicht witzig, ich vermute. Dem und Joe, los. Töte dich. Oh ja, okay, das tötet. Alles klar. Easy. Easy. Auf da. Tell Cut, warte. Deswegen kein Schaden mehr. Tell Cut, los. Schnell. Schnell legt noch eine Falle. Fang den, los, erst fangbar. Ich hab Fang-Guru drauf, ich hab's gesehen. Boah. Ja, ne, lass es mal. Da, da haben wir ein Quest erfüllt. Ein voller Erfolg. So, was haben wir bekommen? Schuppe, Schuppe, Flügel, Schuppe, Knochen, Knochen, äh, später, äh. Flügel, Wolstein, Eis. Schon wieder ein Weihwanstein bekommen. Die zwei Wolsteine bekommen. Ja, neuer Rekord. Fast 1000, krass. Läuft doch. Vollschritt speichern. War doch ganz erfolgreich, oder? Ja, mal wieder eine erfolgreiche Jagd. Ich bedanke mich bei meinen Mitspielern. Hab mich der bescheuert. Ich weiß, dass du scheiße warst, du Lapp. Guck dir, guck dir, guck schon mal, hey. Du Pasta, ey, warte, hier. Ähm. So, Faust, alter, komm her, weil, guck, läuft der weg. Läuft der weg, nachdem er fäustekassiert hat. Ja. Da kommt er wieder, und er kassiert ja erst mal, zack. Ist das, geworfen. Ja. So, wir sind auf jeden Fall im nächsten Part gegen Brachidius, war das, ne? Jo. Ja, gut. Leute, bis zum nächsten Mal, und ciao. 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 Wir warten auf dich, ja. Los. Ciao, ciao.